Autogolf check, Coburgatay, Autogolf 01, 1x13 Autogolf 01, Guder, Coburgat 31, Autogolf 01, go directly eastern right, and 02, western left Autogolf 01, welcome, Autogolf 01, Pellnummer 3006 Autogolf 02, Pellnummer 3005, hey, appreciate it Wisst ihr schon wie lange der H330 kaputt ist? Wir haben keine Ahnung Trinkt ja gut an mit dem neuen Flugzeug Ja, das ist ja gerade in einem Valentischer Hand, ne? Was erwartet du da? Letzte Woche haben die bei uns noch einen Überflug gemacht Ja, super, fliegen kann er